Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Versicherungsfakten-Video. Mein Name ist Nico und wir beschäftigen uns heute wieder mit einer kuriosen Versicherung. Beim Recherchieren bin ich auf die Versicherung gegen Funklöcher gestoßen. Das Ganze gibt es für unglaubliche, unschlagbare 12 Euro im Jahr. Und zwar ist man gegen Funklöcher versichert. Das heißt, bei einer Netzabdeckung von 95% in Deutschland gesehen, ist man immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass man mal in ein Funkloch kommt. Und du fährst also mit dem Auto, hast die Freisprechanrichtung an, telefonierst vor dich hin und auf einmal, zack, kein Empfang mehr. Dagegen gibt es diese Versicherung. Haken an der Sache ist allerdings, du musst mindestens 48 Stunden in diesem Funkloch sein, ansonsten gibt es keine Versicherungsleistung. Also, das war die 10. sinnlose Versicherung in Reihe der 7 sinnlosen Versicherungen, die es schon mal im Video gab. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Versicherungsvideo beziehungsweise Versicherungsfaktenvideo. Bis dahin und ciao!